Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kupferplay, die Carly und die Barra Mori-Barra-Spielen. Guild Wars 2 zusammen, juhu! Endlich mal wieder nach Monaten. Ja. Monaten, ja. Jetzt sind wir mal wieder in die Welt der Noren und Chars und Menschen und Asuras wieder reingeschwunden. Abgetaucht, ja. Ja, ich glaub wir müssen hier jetzt noch... Da oben ist, müssen wir so einen Aussichtspunkt... Genau, ein Aussichtspunkt, wir müssen jetzt noch den Wanderer-Hügel erkunden. Yay, weil wir leveln müssen. Yay. Ja, wir haben den auch noch nicht fertig, ne? Wir wollten ja auch noch 100% Kartenabschluss mit denen. Mhm, genau. Das ist das Ziel, ne? Hab ich mit meinen Main-Charakteren nicht überhaupt gesagt? Mit dem. Das ist ja herrlich. Ja, wenigstens mit irgendwem, also... Ja, und du schaffst das auch gerade mit deiner Waldläuferin. Du hast ja gestern ein bisschen angefangen. Ja. Oh, sieht schön aus. Also die Panorama aus Video 1 Splendung sind immer bombastisch. Bombastisch. Hm. Ein bisschen Grafikfehler, aber hey, cool. Gehen wir mal weiter nach unten. Ich glaub, ist denn dann irgendwas vorbei? Ja, hier oben, hier oben ist noch, äh... Eine Sehenswürdigkeit. Ja. Wui! Oh Gott. Den Helmpunkt haben wir schon, oder? Nee, den Helm... Wer haben wir denn schon? Nee, den haben wir noch nicht. Bauer. Den haben wir noch nicht. Wir haben den, wenn der dunkel ausgefüllt ist, aber. Oh ja. Jetzt hab ich ihn. Juuu. Wir wollten eine Geschichte nicht öffnen. Was ist denn da? Eine Truhe. Eine Truhe. Truhe, 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 Truhe. Oh. Eine Skritt-Einbereicherin. Scheiße. Hinterher. Ihr Zeugs. Die springt jetzt gleich noch von der Klippe und wir kriegen nichts ab hier. Nein, wir sind wohl verdingert. Oh, wie süß. Hui. Na? Ist aber keine Heilung, Mädchen. Gibt's nicht. Oh Gott, machen wir nicht schaden. Nein, ich bin nicht entziehen. Nein. Die lässt auch Zeug fallen, das nehm ich nicht mal auf. Yey. Ja, das machen wir dann, wenn wir wieder zurückkommen. Aber jetzt keine Zeit für. Haben wir da oben noch was zum holen? Nein. Ich weiß es nicht. Oh, schon wieder Wolpertinger. Ja, ich hab mal so. So, ich muss jetzt wieder hoch. Ich hab hier nix aufgesammelt. So. Ich hab mich erstmal schön drauf vorbereitet, da, dass das Teil hier nicht wegschrubstelt. Ja, schön, dass du drauf schön drauf haust, ne? Ja, wenn ich nicht gerade ein Wolpertinger bin, dann geht das ja. Ach, da oben ist auch hier noch was. Gucken wir mal. Oh. Vielleicht hier? Direkt am Anfang? Nö, ne? Nö. Ja, am Anfang lässt ja noch nichts liegen. War nur die, die, die Leichen hier von den Typen da. Die konnten wir nutzen. Dann, äh, dann sind wir umfällig. Ich hab dann gehen wir mal nach Davos angezeigt, wird diese unentdeckte Sehenswürdigkeit. Ich hab jetzt ein bisschen. Weil ich mich bei diesem Herz, was wir schon haben. Was? Oh, ich schwebe. Ach, Dauergleiten ist hoch praktisch. Ja, bei mir ist es nicht so. Ich hab's ja noch nicht. Blaue Busch. Aber erst mal sehen sie, weil ich kann, dann Blaubeerbusch. Blub. Blaubeerbusch. Blaubeeren. Die Quest haben wir auch schon fertig. Wie soll ich doch? Die haben wir doch schon. Das ist nicht mal... Ja, jetzt gehen wir zur City da oben. Hm. Na, Karotten brauch ich nicht. Oh, Karotten. Hab ich einen wunderschönen Garten. Also, einen geheimen Garten dafür. Oho. Mhm. Im Malstromgipfel. Habt doch gut zu. Da kriegt man doch einen Garten, wenn man die Sammlung macht. Oh. Dabei hast du mal das ganze Zeug sammeln. Die ganzen Samen für die ganzen Sachen, ey. Hat mich etwas frustriert. Etwas. Auch nur etwas, ne? Ein ganz klein bisschen. Die Eistreppen entdeckt. Wuhu. Ich bin doch hier hoch, verdammt. Ich möchte etwas verkaufen. Ich hab ganz viel... Ja, irgendeinen Schrott haben wir sicherlich wieder in der Tasche. Würde die Sterne euch leiten. Würde die Sterne euch leiten. Gut, was hab ich hier alles in der Tasche jetzt drin hier. Laufen. Das brauch ich nicht. Nee. Nee. Ich hab ja noch einen Schwarzlöwenschlüssel sichern. Hä? Soll ich nochmal versuchen? Du hast noch einen Schwarzlöwenschlüssel? Ja, ist irgendwie in meinem Inventar. Vom letzten Kartenabschluss oder so. Muss man kurz gucken. Bank. Gucken wir mal. Ob es immer noch funktioniert? Ich glaub's ja nicht, aber... Schwarzlöwenticket für Miniatur. Yeah, dann guck mal, was du ausdrängst, Barbara. Ja, ein Schwarzlöwenschlüsselticket für... Kann ich jetzt einfach und dann krieg ich da irgendwas? Nee, kriegst du irgendeins. Minimal drin kann ich mir. Ne chronographisches Gart, das hab ich schon. Del Aqua. Kannst du auszuholen. Aber du brauchst also für... Fahren und für die gute... Kaschmir brauchst du 10 von diesen Dingern. Ja, seh ich grad. Ja, dann lass ich das erstmal ne... Erstmal irgendwie... Auf der Bank oder so. Alter Schwede, ey. Es ist... Also, ganz ehrlich, ich find das sehr kurios. Da bist du mal ein paar Tage nicht da, so nach dem Motto. Ja, ein paar Monate. Und dann kommst du online und kriegst jedes Mal... Also, das ist, glaub ich, normal, weil sie das neu reingepatcht haben. Das ist das Zeug. Ja, ich mein jetzt auch überhaupt, dass ich so viele Schlüssel krieg hier beim Kartenabschlüssel. Ja, als Kartenabschlüssel kriegt man immer einen Schlüssel, eigentlich. Hab ich früher nie gekriegt, ehrlich. Ich hab da vielleicht alle Jubiläare mal eingekriegt. Ja, du hast schon mal gesagt, da hast du noch nicht so viele Kartenabschlüsselbarer. Was, was weiß ich, weil ich die alle Jubiläare gemacht hab, ne? Genau, das ist ja nicht. Wenn du mal ne Karte abgeschlossen hast. Ja, siehst du? Du bist ja, du bist ja voll unsichtbar. Ja, weil ich die komische, ähm, diese Erdbeere da gegessen hab. Wie nicht, äh. Ich glaub, ich bleib auch ganz, aber nein. Oh, guck, da baut sie sogar schon das nächste auf. Das sind Zwiebeln, Barra, Zwiebeln. Oh, jetzt hab ich Bock auf so Cheese and Onion Chips. Hab ich noch welche daheim? Oh. Und sogar Dip, weißt du? Mit einem Dip hab ich sogar welche. Äh, äh, äh. Ne, aber ich hab es grad gut gegessen, deswegen, äh, bräuchte ich nichts. Ja, so. Und weiter geht's. Die Straßenbarrikaden. Oh, wir sind außerhalb des Gebiets. Jetzt fängt die nächste an. Mhm. Wir gehen nochmal runter. Ich würde sagen, nochmal runter. Ja, natürlich runter. Das ist einzig doofe, so ein kleiner Bereich, das hier. Oh, das sind ja wieder ein paar Söhne Svanas und Eisbrutwolf, die man töten kann. Gefällt mich nicht, ich bin unsichtbar. Gut, den Schmerz. Aus, Dauer. Zerstören wir dieses wunderschöne Lager von denen. Wenn du dich ist wunderschön und zerstörst dann. Was ist denn so herz? Ja. Uh, herzfertig. Ja, ich gleich auch. Juhu, fertig. So, jetzt kommen wir ab zum nächsten Herz. Oder warte mal, warte, hier draußen in der Nähe irgendwas zum... Ein Aussichtspunkt ist hier in der Nähe bara. Ja, dann. Schau mal zurück. Meist du den da unten in der Stadt? Den können wir auch später machen. Warum können wir den später machen? Ja, dann machen wir den jetzt. Ja, komm mal, ob jetzt. Guck mal, jetzt hab ich den anmarkiert, das machen wir den auch. Okay. Ja, hast das Beinchen mal kurz gehoben? Ja, genau, markiert und dann, da müssen wir jetzt hin. Piep, 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 piep. Ich seh mich nicht, das ist so verwirrend. Ja, weil alles... Doch, du siehst deinen Schatten, siehst du. Ja, war auch hilfreich. wenn der zentimeter daneben ist wo ich hinspringen wird wunderschön ja eine festgekleidet ja wie auch immer da bin ich wieder ja und ich kann jetzt gleich deine blase auf mit meinen kreis voll meine kreis oder war hier unten das macht das machen wir nachher wenn wir die die hesschen quest machen die 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 heute ist ja ein bisschen was gechillter leute nur damit das ist also nicht groß bämbä boom aber so kann das wir sind auch cool also wenn ihr wollt ihr könnt ein paar themen über die wir reden sollen gerne die kommentare beschreiben wenn es wird karten erkunden und hier ist was hier ist was ja eine aussicht das wunderbare schneegebiet der von euch hat dann alles ein nord oder spielt überhaupt was zwei ja genau so euer neunigst der weg marke so gucken wir mal ja dann gehen wir hoch zum da ist aber noch was oder ist noch was für kein herz guckmann sie ist ja eh schon wieder verpasst hier ja das ist doch immer meine flügel wenn er gelb ist dann muss man denn nicht angreifen ich weiß aber der greift einfach alles an oder sind wir darauf fett daran ein fett daran Was ist das? so wir leben wir müssen bald die wäre könnte man sich hier einen jungen artodoktus holen ja ich bin aber nicht hier untersuchen in ruhe lassen er braucht aber lange um zu realisieren dass er angegriffen wird ja weil er eigentlich friedlich ist okay der macht ein bergbauarbeiter können wir wieder überwäppen die gar nicht mehr über die hand oder was holschaufel erz kann man glaube ich auch abgeben ja vielleicht sollten wir das auch jetzt einfach mal tut ja ich habe schon eingesammelt und dann gebe ich es ab die blase jetzt kupfer er zu ein danke ist das herrscht nicht unten ich renne schon ich renne vorbei weißt du siehst nur erz und irgendwas zum abbauen und dann das dann ist schon wieder vorbei was wollte ich machen kann man nicht abgeben ernsthaft wird sie mich für eiern event gegenstand wir kommen gehen wir noch mal kurz hier rein weg das ding da kaputt auch nicht ich habe das herz fertig dann können wir ja wieder aus schnall 164 karma muss ja ein bisschen mein karma auffüllen Ja wer Legendaries macht, äh, ist immer out of Karma. Kräutersprössling, ich muss da hin. Ja wer weiß was da wertvoll ist drin sein, ne? Da können Pfefferkörner drin sein. Ja. Sind die eigentlich, die sind mittlerweile glaub ich nicht mehr so teuer. Mhm. Ganz am Anfang wo dann mal Hot rauskam oder so. Ein Knoblauch-Knoblauch, also. Knoblauch, Knoblauch. Hast du auch? Gelobt sei deine Kraft. Ja, natürlich. Autsch. Ich weiß, der greift dich an, aber trifft mich. Oh, wir dürfen wieder Svanias Söhnchen töten. Bekämpft die Söhne. Ich hab doch gar keinen Sohn. Ich bin kein Scharhändler. Absist. Oh, guck mal hier, Straßensperre. Hm, genau das muss man zerstören. Verkruppelt. Fehlen die auch dazu? Ich weiß gar nicht. Ich denke. Gucken wir mal hier aus. Ja. Gut. Nee, ist wieder ein anderes Herz. Ja, da ist wieder ein anderes. Eieieieiei. Eieieiei. Bing. 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 Das ist genau, wenn ihr die Grenze erwischt. Der fähren Kämpfer. Der bei mir ist, ist er tot. Guck. Hm. Ding, also ich mess mal immer von Weitem angreifen. Mit dem Messer sag ich schon, mit dem Schwert. Macht man den meisten Schaden. Oh, der kühle Stein habe ich gekriegt. Geil. Einen Kühlstein. Ja. Hm. Oh, ein Veteran. Mal wieder. Oh, einen Türkis-Kiesel habe ich bekommen. Uh. Michelle. ра stalken. Äääh. Ya. Ja. Ja. wenn die hier rüber locken gehören sie auch noch zu nicht alles es gehen die gegner aus wir müssen uns die schon nach schon woanders her holen wirklich wenig dieses herz glaube ich oder sind die irgendwo anders doch 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 da vorne kommt jemand an ich weiß wo man dafür immer muss wo wir hin müssen damit wir die die söhne svanja töten können weil es hieß doch da oben ist die statue von jor naja stimmt ja da gibt's auch manchmal dieses eine quest also dieses ist die glaube ich wo man mit dieses versteckte hat ja gott ich erinnere mich nicht an dieses event für alle das jora hier ist ja hier ist ja party hier sind genügend söhne svanja kommt schon ich habe sogar ein veteran angelockt cool mit auch noch mein portal klicken aber oder meine botter portal auswählen aber und herzchen fertig ja ich brauche noch mit ich blut oder unten ist noch hier wir brauchen noch hier oben was ist gut ja natürlich da laufe ich gerade hin mit ricky mit dem am arsch was hat das hinkriegen hallo doll jak jetzt den juhu ja 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 so was machen wir jetzt hier gehen jetzt noch weiter nach oben also den bereich hier da wo ich markiert habe also immer zweck war weg mark kreuzungsfreistaat wieder und dann gehen wir zu meiner markierung und dann gehen wir von da aus rechts weiter du und lauf in meine messer rein junge Wegpunkt. Und da ist jemand dann zum Herz. Hui, nehm ich da oben. Das war alles das hier niederklatschen, was wir vorhin schon niederklatschen wollten. Endlich. Endlich. Wurde auch mal langsam Zeit hier. Wir haben die Söneswanias geschwächt. Geil. Wir sind so imbar. Das glaubste gar nicht. Oh, davon laufen ein paar. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, aha, aha. Ach, hier ist auch ein Heldenpunkt. Ja. Und eine Sehenswürdigkeit, wo man dann da oben hin muss. Mh, müssen wir schön hoch springen. Hui. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Kali räumt auf. Natürlich. Nur hier. Ho 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 ho. Hier sind ja das Aufräumkummer nur hier. Ja. Wie kurz ist das? Nee. Au. Ach du bist hier, ey. Bist du mich ärgern, Junge? Das ist ein bisschen lauter hier. Oh, ein Veteran wieder. Gesund und kräftig. Die Bara zieht immer die Veteranen an. Oh, ein Schade verwundet das. So. Ja, nicht noch nicht. Für den Katz, dass du es ja noch nicht kennst. So, dann hier erstmal den Aussichtspunkt hier oben. Da wo alle gerade schon da beinahe schon hochrennen mit seinen ganzen Viechern. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Moment, klein. Nein! Warte, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Nein, du bist tot. Nein, ich bin gestorben. Du bist tot. Dann wird mir wieder belieblich und komm her. Ach so. Dann brauche ich dann hoch. Okay. Einen Moment. Ich wollte gerade sagen, weißt du, ich wollte gerade sagen, na, ja hoffentlich stört sich jetzt nicht runter und bin tot, ne? Und ja, soviel zu dem Thema. Mhm. Ich warte mal so lange, ne? Oh ja, genießt du noch mal ein bisschen die Aussicht, ne? Ja, ich schau die mir schon mal an, hier. Ah. Sag mal, wenn du da bist, ne? Ja, ja, ich sag dir dann Bescheid. Dauert noch ein bisschen, ich hab ja keinen Speedbuff hier. Genau. Juhu! Jetzt können wir mal angucken. Juhu! Noch mal! Yeah! Äh. Ernsthaft? Ich muss erst mal warten, bis das Butter weg ist. Also ich kann mir das gerade angucken. Ich hab mich grad wieder nur mal runtergeportet. Yeah. Dramatische Musik. Und langsam runtergleiten, Bara. Nicht springen. Gleiten. Ja. Hahaha H-h-h-h-h-h-h. Du 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 du. Ich warte beim Heldenpunkt auf dich. Ach, du hast das Herz hier schon wieder fertig. Ich bin immer so lang, lang damit beschäftigt. Du bist so lang. Ja, es dauert immer so lang bei mir. Ein bisschen Heldenpunkte verteilen. Reaktion, Glamour, Freikampf. Ja, trainieren, ja. Das Lockvogel, ja. Ja. Trainieren. Ja, das da auch. Ja, ja, ja. Alles trainieren. Boah, ich bin's grad gar nicht gewohnt, den ganzen Damage einzustecken. Wo ist Hank? Nur, was ich mal brauch. Tja. Wer uns verwundet. Schatz dafür. Gepanzert. 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 Guck mal, ich brauch nur drauf kloppen und nix tun. So, aber ich würde sagen, das war es dann jetzt erstmal für diese Folge. Macht's gut. Macht's tschüß. Tschüssi.